Herzlich Willkommen in 2023. Das neue Jahr beginnt mit einem großen Auftakt. Ein ganz wichtiger energetischer Shift findet Mitte Januar statt und er bringt einige Herausforderungen mit sich, aber andererseits auch viele neue positive Möglichkeiten. Saturn, der zweieinhalb Jahre lang jetzt im Zeichen Steinbocker, wechselt in das Zeichen Wassermann. Ebenso haben wir noch zwei rückläufige Planeten, die gerade extrem für Unruhe sorgen. Und wir haben eine sehr wichtige Konjunktion, eine sehr wichtige energetische Verbindung, die vom großen Geld spricht, von Korruption und Skandale. Bevor ich mit dem Update für Januar beginne, ich habe einen kostenlosen Newsletter, wo du jede Woche wichtige Energie-Updates und astrologische Informationen erhältst. Wenn du den gerne haben möchtest, dann melde dich an. Den Link findest du direkt hier unter dem Video. Ebenso beginnt am 01.01.2023 ein neuer Online-Kurs über die vedische Astrologie. Wenn du tiefer eintauchen möchtest, dich selbst besser verstehen möchtest, deinen Seelenplan entschlüsseln möchtest und wirklich dieses kosmische Wissen für dein Leben nutzen möchtest, dann informiere dich gerne alle Informationen direkt hier unter dem Video. Das neue Jahr beginnt mit zwei rückläufigen Planeten. Zum einen haben wir Mars, der schon seit einiger Zeit rückläufig ist und jetzt ab dem 29. Dezember auch Merkur. Und diese beiden Planeten, die bringen einiges nach oben, so dass es zu Verzögerungen gerade am Anfang des Jahres kommt, dass Dinge in die Veränderung kommen können. Oftmals ist es noch ganz stark mit diesem rückläufigen Mars, der auch einen Aspekt auf Merkur hat, eben dass Frustrationen nach oben kommen, Rechthabereien nach oben kommen, auch ganz viele emotionale Themen, vor allem eben auch noch an Silvester übrigens, weil dort haben wir Sonne und Mars ebenso noch in dieser exakten Aspekt mit 14 Grad und wenn diese Gradzahlen genau die gleichen sind, wenn die Planeten sich aspektieren, dann bedeutet das, dass sie von besonders großer Relevanz sind, dass dort viel Frust nach oben kommen kann, Menschen unüberlegt in die Handlung kommen können. Auch das können wir gerade zu dieser Zeit Silvester und Anfang des neuen Jahres sehr oft erleben. Auch, dass Menschen ihre Meinung ändern, man einfach nicht wirklich vorwärts kommt. Auch viele Probleme, wo es um das Thema Verkehr geht, Transport geht, Flüge geht, all das ist mit einem rückläufigen Merkur oftmals der Fall. Ebenso wechselt Merkur. Merkur wird dreimal im Jahr rückläufig, für ungefähr einen Monat, ein bisschen weniger. Und in diesen Zeichen, er wird immer in einem Element rückläufig. Im letzten Jahr war es immer das Erdelement. Und das hat sehr stark auch mit den Themen Geld übrigens zu tun, der Wirtschaft zu tun, all diesen Themen, die mit dem Element Erde verbunden sind. Und im neuen Jahr wechselt er jetzt in die Feuerzeichen. Das bedeutet, er wird im neuen Jahr dreimal rückläufig in einem Feuerzeichen. Und bei Feuerzeichen, da geht es eben genau um diese Energie der neuen Zeit, diesen Spirit, diese Veränderung, die in die Welt kommen möchte, diese Transformation, die Dinge anders zu sehen und neu zu sehen. Und ich spreche hier von unserer Weltsituation, aber natürlich auch von deinem persönlichen Leben. Schau, wo in deinem Leben es jetzt wichtig ist, dich neu zu orientieren, anders zu denken und dadurch dir auch ein anderes Leben zu erschaffen. Ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, die Sonne befindet sich bis Mitte Januar im Zeichen noch Schütze und ebenso ist dort der rückläufige Merkur gerade. Und da geht es eben um diese Wahrheitsfindung, diese Gerechtigkeit, die wir uns so sehr wünschen. Aber dort vor allem geht es dann oftmals darum, dass wir sehr, sehr stark von unserer eigenen Wahrheit überzeugt sind und oftmals ignorieren, dass ein anderer eine andere Wahrheit für ihn haben kann und dass das in Ordnung ist und dass wir alle miteinander leben dürfen und jeder darf ein Stück weit seine eigene Wahrheit leben. Das schließt nichts voneinander aus. Wir denken oftmals, das geht nicht. Das ist ein Denken der alten Zeit, dass wir denken, es gibt nur die eine Wahrheit. Das ist nicht der Fall. Jeder Mensch lebt im Grunde immer seine eigene Wahrheit. Und wenn wir dort offener werden und bereit sind, einfach zuzulassen, dass andere Menschen ihre eigene Wahrheit haben, dass das uns nicht schadet und dass das uns nichts nimmt, dann ist das schon mal ganz viel, was wir dort gewinnen können. Vor allem der 29. Dezember und der 17. Januar solltest du dir im Kalender anstreichen. Das sind zwei Tage, wo eben Merkur genau in diesen Wechsel geht, dass er vorwärts läuft, dass er dann rückläufig wird. Und rückläufig bedeutet nicht, dass der Planet plötzlich den Gang einlegt und rückwärts läuft, sondern wir betrachten alles geozentrisch von der Erde aus. Und von der Erde aus sieht es so aus, als würde oder Merkur ist dann uns oder auch Mars besonders nahe der Erde. Und das bedeutet, seine Energie wird besonders deutlich spürbar. Und da geht es vor allem darum, dass wir noch mal in die Rückschau gehen und schauen, wo wir Dinge korrigieren müssen, wo es noch Zeit braucht, uns neu zu sortieren, bevor es dann wieder vorwärts geht. Das sind ganz wichtige Phasen. So wie wir auch Tag und Nacht in unserem Leben haben, brauchen wir Phasen, wo wir Dinge uns noch einmal durchdenken, durchschauen und sie verstehen lernen und adaptieren, bevor es dann weitergeht. Ein ganz wichtiger Transit, der jetzt im Januar stattfindet und im Grunde eine neue Zeit-Ära einläutet, ist Saturn, der vom Zeichen Steinbock in das Zeichen Wassermann wechselt. Saturn war seit Februar 2020 im Zeichen Steinbock. Und das war genau die Zeit, als Covid begonnen hat und die ganzen Themen mit Maske tragen müssen und was es dort noch alles gab und das Thema natürlich auch der Impfung, wo wir uns verpflichtet gefühlt haben, bestimmte Regeln einhalten zu müssen, ganz stark eben in Verbindung stand. Diese saturnische Energie, die uns diese Einschränkungen mehr oder weniger gebracht hat. Aber das verändert sich jetzt. Wir kommen raus aus dieser Energie. Und Saturn wechselt ins Zeichen Wassermann. Im Zeichen Wassermann ist diese saturnische Energie eine ganz andere Energie. Dort geht es um die Menschheit, dort geht es um Menschlichkeit, dort geht es um Mitgefühl, dort geht es um Heilung, dort geht es um Innovation, dort geht es um neue Technologien. Und Wassermann hat auch mit dem parlamentarischen System zu tun. Und dort werden wir auch einen großen Shift erleben. Einen Shift vielleicht sogar beginnend in der USA, und da komme ich gleich nochmal drauf ein, warum das jetzt gerade so ein wichtiges Thema ist, vielleicht sogar von einem Zwei-Parteien-System in ein Drei-Parteien-System, um uns dann irgendwann ganz von diesem Partei-System zu lösen. Weil wir immer mehr verstehen, wir brauchen diese Parteien nicht mehr. Und wir werden immer mehr verstehen, dass wir selbst derjenige sind, der unser Leben steuert. Und dass wir das alle können, dass jeder in diese Verantwortung gehen kann, sein eigenes Leben zu steuern. Wenn wir in diese höheren Energieshifts noch mitmachen, dann werden wir das erleben. Für Menschen, die das wählen. Das muss nicht für jeden der Fall sein. Ich spreche ja davon, dass die Welten sich auch trennen und es zu einer Spaltung kommt. Aber für Menschen, die in diese Selbstverantwortung hineingehen und immer mehr beginnen, sich selbst zu leben. Wir brauchen dieses System der Parteien nicht mehr. Wir brauchen das System der Grenzen nicht mehr. Und dort kommen wir hinein. Und mit Saturn im Wassermann ist das der erste Impuls, der uns damit wirklich tiefgreifender in Berührung bringt für diese Veränderungen, die viele Menschen sich auch wünschen. Und schau in deinem eigenen Leben, wo sich dort Veränderungen ergeben, wenn Saturn am 17. Januar in das Zeichen Wassermann wechselt. Oftmals sind gerade die Anfangszeiten, wenn so ein Shift stattfindet, von so einem großen, schweren, energetischen Planeten in ein anderes Zeichen, besonders spürbar. Am Anfang macht so ein Transit uns oftmals erstmals bewusst, wo wir noch Dinge verändern dürfen, wo wir Dinge noch korrigieren dürfen, wo wir unser Glaubenssystem noch verändern dürfen, an was wir glauben. Weil das, was wir glauben, erleben wir. Das erleben wir oft. Und es sind manchmal nicht ganz einfache Momente, wenn solche Transite passieren, die uns diese Dinge nochmal eben bewusst machen, weil es plötzlich um ein anderes Thema geht, weil es plötzlich um ein anderes Level geht in unserem Leben. Aber wir werden das Ding rocken, wie ich so oft sage, und wenn wir dort eingetunt uns haben und die Energie von Saturn verstanden haben und damit umgehen, dass wir zum Beispiel in diese Selbstverantwortung hineingehen für uns und unser Leben, indem wir beginnen, uns zu heilen, indem wir unsere mentalen Konzepte erkennen, wo wir uns einschränken und lösen. Dort werden wir viele Veränderungen erleben können. Dann eine ganz wichtige Sache, die im Januar passiert ist, Pluto befindet sich gerade im Zeichen Steinbock. Und im Chart, jedes Land hat ja ein Geburtshoroskop und Amerika hat ein Geburtshoroskop, wo dieser Pluto im zweiten Haus sitzt. Im zweiten Haus geht es um Finanzen und geht es um das Thema Geld. Dort sitzt Pluto und vielleicht hast du auch schon davon gehört, dass Pluto jetzt wieder zurückkommt an seine Ausgangsposition im Chart von Amerika. Pluto braucht 245 Jahre, um durch den ganzen Tierkreiszeichenlauf zu laufen und kommt dann wieder zurück. Und das passiert genau jetzt. Und ich spreche übrigens heute von der vedischen Astrologie. Die ist anders als die westliche Astrologie, weil dort sich das etwas zeitlich auch und von der Gradzahl her verschiebt. Aber in der vedischen Astrologie haben wir in diesem Jahr diesen Pluto-Return auf die gleiche Stelle wie im Geburtshoroskop der USA. Und aber nicht nur das. Und da geht es eben um das große Geld, um das Big Money. Es geht mit diesem Pluto um die Klärung, es geht um eine Transformation, es geht um ein neues System und es geht eben um Skandale, Korruption. Im Zeichen Steinbock hat es immer damit zu tun, mit unserer Regierung, mit unserer Führung. Das sind Themen, die jetzt mit der Sonne, wenn die Sonne sich dort jetzt befindet, mit der Sonne kommen die Dinge ans Licht. Die Sonne ist unsere Seelenessenz, unsere innere, pure Wahrheit. Und dort haben wir einen Neumond am 21. Januar, der dort fast exakt, Sonne, Mond und Pluto fast exakt stattfindet. Das bringt diese Themen nach oben. Wir müssen verstehen, Wahrheitsfindung ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen passiert. Und ich habe im letzten Jahr schon viel oder in 2022 viel davon gesprochen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und das haben wir auch, das erleben wir gerade. Die Wahrheit kommt Stück für Stück ans Licht, wie mit dem Thema Covid und dass der Impfstoff nicht getestet worden ist, auf die Art und Weise, wie er hätte vielleicht getestet werden sollen, damit Menschen sich da sicher fühlen mit dem, was sie sich dort antun. Aber man muss hier sehr vorsichtig sein, was man hier auf YouTube weitergibt. Aber viele Themen kommen gerade in die Öffentlichkeit und werden auch mehr diskutiert. Und das ist etwas, was ganz arg wichtig ist, was jetzt gerade stattfindet. Und das, dass die Wahrheit, die kommt nicht von heute auf morgen ans Licht. Aber wir sind in diesem Prozess und jetzt kommt dieser Prozess, wo es um Finanzen geht, wo es um unser Geldsystem geht, ganz stark in den Fokus 2023. Und dort werden jetzt noch Dinge aufgedeckt werden, die wichtig für uns sind, dass wir verstehen, was wir wollen und was wir nicht mehr wollen. Es ist so, so wichtig, dass die Dinge, die nicht richtig laufen, nach oben kommen. Ich weiß, wir wollen immer auch in unserem persönlichen Leben, dass die Dinge einfach verschwinden sollen, die wir nicht gut finden. Aber das funktioniert nicht. Erst wenn wir sie annehmen, sehen und erkennen, warum sie da sind, warum wir uns diese Situationen wahrlich in unserem Leben erschaffen haben, erst dann können wir sie ändern. Und so ist es eben auch, dass hier jetzt im Januar viel nach oben kommt. Skandale, Korruption und Geheimnisse, wo es um Geld geht. Pluto steht für Transformation. Und wir wollen in diese neue Zeit. Dieser Pluto-Return, der im Chart, im Horoskop von Amerika gerade stattfindet, bedeutet, wir wollen wirklich dieses System transformieren, es verändern in mehr Freiheit. Dafür hilft uns auch dieser Saturn, der sich jetzt im Zeichen Wassermann befindet. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann gilt es zu verstehen, dass wir immer mehr rauskommen sollten aus dieser Idee, dass wir unser Leben aus der Angst erschaffen. Denn wir erschaffen alle unser eigenes Leben. Und wenn wir uns zu sehr fokussieren auf all die Dinge, die wir nicht mehr wollen, und gerade in Bezug auf das Geldsystem gibt es jetzt inzwischen so viele Ängste, dort draußen, dass wir irgendwie mit einem digitalen Geldsystem vollkommen unsere Eigenermächtigung verlieren, kontrolliert werden, uns das Geld gesperrt wird und damit die Möglichkeit, uns vielleicht Lebensmittel zu kaufen oder uns dorthin zu begeben, wo wir uns hinbegeben wollen. Wenn wir uns zu sehr in diesen Ideen verlieren, dann erschaffen wir uns genau diese Welt. Und darum geht es unser Leben nicht mehr, so wie wir es unser ganzes Leben lang gewohnt waren, aus der Angst zu manifestieren, sondern aus dieser inneren Freiheit, die wir in uns wieder entdecken dürfen, dass wir über unser Leben bestimmen, dass die Welt nicht schlecht sein muss, wenn wir sie nicht schlecht sehen, sondern dass wir mehr oder weniger unser Leben manifestieren können. Und es gibt nicht die eine Wahrheit und es gibt nicht die eine Welt da draußen. Und je mehr wir das verstehen und beginnen zu leben, umso mehr werden wir es auch im Außen erleben. Und wir werden uns ein Geldsystem erschaffen, das fair ist, das gerecht ist und mit dem wir uns alle wohlfühlen. Das wird für die Menschen passieren, die sich dafür entscheiden. Für die Menschen, die diese Verantwortung abgeben und sie nicht leben wollen, die werden etwas anderes erfahren. Ich spreche auch in meinen medialen Vorausschauen davon, dass die Welten sich trennen werden und das ist in Ordnung. Aber für Menschen, die in diesem höheren Vibe sind, für die ist es wichtig, sich daran zu orientieren, ihr Leben nicht mehr aus der Angst zu erschaffen, sondern aus der eigenen Ermächtigung, aus dem eigenen Selbstwert. Wir werden irgendwann hinkommen, dass wir gar kein Geldsystem mehr brauchen, aber so lange geht es darum, ein faires und gerechtes Geldsystem für uns alle zu erschaffen. Und da gilt es auch zu verstehen, wir sind die Menschheit, wir sind die Masse. Wir entscheiden und kein anderer entscheidet über uns. Aber das müssen wir beginnen zu leben und nicht zu glauben, dass andere über uns bestimmen. Es ist eine wichtige Zeit, es ist eine herausfordernde Zeit. Und 2023 wird nochmal manches Extreme mit sich bringen, aber wir werden immer mehr in diesen Flow gehen, in diesen Flow zu verstehen, was wir wollen und was für uns und unser Leben wichtig und gut ist. Und das ist gut so. Und damit beginnt dieses Jahr mit diesen Energien, die schon alles ein Stück weit nach vorne bringen, wenn wir dafür bereit sind. In diesem Sinne, teile dieses Video gerne mit anderen Menschen. Wenn du gerne meinen Newsletter abonnieren willst, kannst du gerne tun. Alle Informationen direkt hier unter dem Video, wenn dich die vedische Astrologie interessiert. Ich habe ein Workbook erstellt, das kannst du dir gerne zulegen oder eben Teil werden meiner Community, meines Online-Kurses. Ich freue mich auf dich. Namaste. Namaste.